um hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video, wir sind hier wieder im Keller von S-Molls Großtanze und wir hatten natürlich wieder nicht geputzt und deswegen rein da genau los geht's so wir tun jetzt erstmal das erkunden hier, das ist nämlich hier richtig äh vergammelt hier und erstmal spielt die erstmal weiter Klappertschau rüber, let's go gehen wir hier runter, das sieht doch toll aus ok ok es hat, es hat, es hat, es hat gut, 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 es hat gut Leute wir müssen Thomas finden jetzt gehen wir ihn durch diese Tür wir haben Thomas, wir haben Tebos gefunden wir haben Thomas wir haben Thomas Thomas ist da, der Schneckenmann oh mein Gott, oh mein Gott er will S-Moll kriegen, er will S-Moll kriegen oh mein Gott oh mein Gott, sie haben das Licht geflaggert wir haben Jumpscare bekommen das ist Thomas ah Thomas, geh weg ja, wenn du rundet wir gehen zurück wir müssen den Ausgang suchen rein da schnell renn wir haben die Treppe gefunden aus dem Ausgang doch nicht S-Moll hat auf jeden Fall in Ordnung sind oh mein Gott, er will S-Moll erschreckt sich ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta wir beobachten ein kleines Handem-C wie es versucht es an den Taschenlamm zu machen ey wir starten in meinem Keller der Gang kommt alle her ich wurde allein gelassen Laser Achtung passt doch den Laser auf Jungs los gehts oh ich war auch ich war auch oh mein Gott da da Bomber keine Ahnung Thomas 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 Hilfe 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 wir gehen wir gehen schnell oh mein Gott Laser da es wurde schon tot und wir müssen weiter Connit machen weiter oh wir sind ja im Laser Raum hier hier sind ganz viele gefährliche Monster eingesperrt oder auch nicht wir sollten zurückgehen wir sollten zurückgehen wir sollten zurückgehen wo wo was ist da was ist da ich seh nix ich seh da ich seh da irgendwas warte wir müssen jetzt wir müssen wieder gehen los zurück der Geist hat gesprochen wir müssen zurück hier liegt erst das gleiche Esmon ist sehr tot sehr tot so wir rennen Achtung Thomas lasst mich mit dem alleine ist klar alles klar so wir sind wieder in dem Keller von Tante Esmon und mit seinem Kopf an dann na dann auf geht's hui das ist Grippe meiner Oma wir haben ein Radio gefunden wir gehen drei Monster in die Bar sag deine Na warst du wieder kippen hinter uns hinter uns Hilfe 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 es wehr mich es ist so gruselig ich hab meine Kumpels verloren irgendwie warte da ist jemand da ist jemand wer ist da er lebt noch wir haben die Treppe zum Ausgang gefunden das ist nicht der Ausgang oh hinter mir Hilfe ich bin tot Leute ich bin tot wir werden von einem riesigen Schlangenmonster verfolgt das wir uns wegschmeißen es hat mich es hat mich es hat mich es hat mich so wir haben gerade eben die Kamera von HandMC wiedergefunden und machen jetzt noch mehr Content für euch da ist der gruselige Mann der kommt auf mich zu er hat mich er hat mich er hat mich er hat mich Hilfe Hilfe Oh Gott Oh Gott das war er hat mich mir lags gerade ich habe die Kamera ja Ich hab eine. Na toll. Ich werde auch sterben. Wo soll die andere sein? Wer ist sowas von tot? Haha. So. Ich hab fast gestorben. Super toll. Ich hätte mich wie viel gekillt hätte. Darum sind sie. Ich hab mal vergessen. Ich schrei. Egal. Er hat nicht geschrien leider. Wir sind bei der Tante. Wir wagen uns in den Keller seiner Oma. Äh, seiner Tante. Kommt ein Vieh, da kommt ein Vieh. Das ist das, das ist das Zuckmon. Hilfe werde verfolgt. Warte, die macht nichts. Aber wenn wir da hingehen und da den Knopf drücken, dann explodiert das. So. Hallo Spinni, geht's dir gut? So, wir beleben jetzt wieder. Wir beleben jetzt wieder. Wir beleben jetzt wieder. Hast du einen Defibrillator? Du bist wiederbelebt. Let's go. Mach. Geht das? Ich lege mir hier vorbei, ich lege hier vorbei oh mein gott los geht es hier holt euch jetzt diese neue red bull doser die voll fake ist egal die schmeckt euch gut einer das die spinne die spinne die spinne die spinne die spinne die spinne hallo mr spinne wie geht es ihnen okay aha ja ich verstehe okay ich fühle mir jetzt wie und stirbt ja ich verstehe mit der spinne sind sie noch da ich möchte sich möchte gerne in dem den führen zu sein aber dass der zittermann er hat er jetzt zittermann hallo ja ich will ja ja ich hätte da man ja hallo nahe ich verstehe okay das ist interessant aha okay also sind aus der Brille O oder kommt wird sie kommen wissen zu nah das gefällt mir gar nicht Prozent ja es ist eben eine dame und herren der zitterte mann hier der zittert ein bisschen unklapp also also das ist also also was ist eigentlich passiert ich gebe tust nicht sind sie das leben ist es nicht mehr doch das leben warte ach scheiß drauf handeln sie warum du auch springt jetzt zusammen darunter oh sie kommen ich glaube das hat wir getan das war absolut geplant hier das ist die Crew die immer runter in den Keller geht jetzt macht ein bisschen Geräusch Jungs jaaahhhh 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 ich glaube die ich hab das auch geschehen ich hab das auch getrun ich komme dann